Ich hoffe, ich habe den richtigen Knopf gedrückt, ich weiß es nicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Minecraft avec das Beacon. Le Beacon, oui, oui, c'est ça. Heute machen wir eine Sendung auf etwas Französisch, glaube ich. Machen wir? Timor Lumeos. Warum habe ich keine Spitzhacken mehr? Okay, dann ist er. Ja, nee, nee, an der Stelle sind beide Französische Künstlerkenntnisse auch schon. Gibt es ja nicht. Gehirn. Oh, ich fühle jetzt die Hunde dabei. So, da sind wir wieder zurück bei dem kompetenten Let's Play, wo alles nach Plan läuft und keiner versagt. Wie sieht denn der Plan aus für heute? Der Plan sieht aus, ich habe vergessen, das Eisen aus dem Ofen zu nehmen, ich komme gleich. Ich habe noch Wurst im Auto, ich muss weg. Ich habe hier irgendwo noch, ah genau, 15 Eisen. Ich tue mal Zeug hier rein und hier so Pfeile und so, Tierzeugs kommt hier rein. Tierzeugs. Und hier unten Zeug, was man in der Hälfte braucht. So, wo bist du denn da? Wir können doch jetzt echt mal gleich ein Avontür machen. Schon wieder, ja. Haben wir doch so lange nicht gemacht, ne? Haben wir doch so lange nicht gemacht. Ich muss jetzt gleich mal hier zurück Zeug wegbringen in meine Höhle. Schleim. Und denn? Wobei, da können wir ein Avontür machen. Dann lass uns das doch mal in Angriff nehmen. Ja, aber lass mich erst mal hier das machen, danach kommt Adventure-Teil. Ja, ich bringe auch ein bisschen Zeug weg. Ja, genau. Genau, 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 genau. Ich will nicht sagen in Sicherheit, aber... Ist schon sicher hier oben. So, Tierzeugs kommt hier rein. Und jetzt kann ich tüffeln mein eigenes Haus nicht, da ist es ja. Aber... Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Wenn die Polizei kommt, dann sage ich dir, ich bin die Treppe runtergefallen. Oh, äh, ja, schön. Warum wir schmelzen, dass wir nicht einbauen und es ist ganz viel Zeit. Ich wollte ja noch Rüstung bauen. Wow. Stimmt, das war ja der Plan. Hast du so viel Eisen? Nö. War ich auch nicht so viel. Ist das leider nicht. Gold. Gold. Und welchen Fisch von den Rindern hat man, bekommt man das, das Leder, ne? Ja. Wir Rinder, die irgendwie nicht in unserem Pfarrig sind. Rinder, das habe ich nicht, aber ich habe doch mal eine Kuhfamilie gefangen. Ja, das ist nur zwei Rinder, oder ich mich. Dann fütter die mit Weizen, dann vermehren die sich. Das ist echt? Ja, klar. Ach cool. Deswegen lohnt sich das ja so, äh, Fahnen zu machen. Ich dachte, die vermehren sich einfach, weil sie es können. Nö, nö. Nö, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Aber nur eins. Kann man vielleicht auch irgendwo ein anderes? Das ist doch nur cool. So, ich hole jetzt noch ein bisschen Zeug in unseren Pferch rein. Ich hatte doch hier so einen Mugen gesehen. Schwein, 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 Schwein. Nee, was kann man mit Äpfeln anlocken? Soweit ich weiß, nix. Ja, super. Naja. Oh, du kannst Pferde mit Äpfeln füttern. Echt? Ja. Das ist doch schön. Jetzt habe ich den Apfel nicht mehr. Das springt sich um Pferde. Meinst du, dann fällt der Apfel, dann droppt das Pferde den Apfel? Kriege ich wenigstens Leder, hoffe ich. Das hat sich wirklich dramatisch an. Was wollte ich denn jetzt hier in der Truhe? Ach so, genau. Ich wollte hier. Das ist ein bisschen Eisen. Eisen, was ich habe. Manchmal ist es wieder ganz. Ist das nicht kaputt gegangen? Ich nicht wissen, ich nicht wissen gemacht. Äh, hier. So, 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 so. So, 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 so. Es wird gleich ja nachts, Kammerat. Ja, wollen wir denn irgendwas machen noch, bevor wir... Also ich muss auf jeden Fall kurz was wegbringen und verschwieden. Lass doch erstmal hier schlafen. Vielleicht kommen die ganzen Monster-Action wieder. Und dann können wir uns auf ein Abenteuer begeben. Ja, bin ich immer für zu haben. Oh, shit, ich merke, mein Ton ist falsch eingestellt. Ja, ist ein bisschen laut bei dir. Ja, ja, warte. So. 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 Dann waren wir nochmal. Nein, ein Eisen zu wenig für eine Rüstung. Wollen wir erst schlafen gehen? Ja, jetzt gehen wir schlafen, dann werde ich ganz kurz den Server verlassen, um dich zu schämen. Ja, das auch. Ne, um den Sound bei mir wieder anzumachen. So, ich liege im Bett. Ja, ich... Warte. Ja, ich liege auch im Bett. Gute Nacht, Tim Boy. So, jetzt bin ich mal ganz kurz weg. Guten Morgen, eure Lautschaft. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Der letzte Scheiß. Das wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Er erzählt alles weiter. Ich gehe Bäume pflanzen, bis du soweit bist. Friedliche Arbeit. Warte mal. Oh, 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 oh. Äh. 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 Äh, so... So, vier Felder vom Weg. Äh, äh. Greetings, Lord Tim. Eure Fester erwartet euch. Hahaha. Warte, ich wollte ihr hier Zeug machen. Stopp, ich bin verwirrt. Komm, ich mache mir jetzt hier so ne... So ne Art, allee. Ich hab ich, ich hab ich, ich hab ich, ich hab ich... Ich hab ich, ich hab ich, ich hab ich... Ich hab immer viel in Zwischenplatz. Jetzt, ich stehe das hier schon wieder. So. Allee, allee. Womit wir wieder bei französischen wären. so fettchen wasch und dann geht's los wo die kuh ja das ist sie wie kann man schwul bauen ich habe schon recht zwei will ich gar nicht will ich gar nicht wissen ich habe schon ganz strecken also ich kann nicht strecken kannst du so tun als hätte so nicht mal dass das die schaufel wie ein gewehr da ist es doch wo bist du denn wie wo bin ich ist jetzt jetzt adventure zeit ich bin ja auch hier also jetzt wollen wir denn zu fuß oder auch ganz schön hier ganz kurz was das bauen irgendwie so ein dings hier macht die stufen hier schön oder war die aus stein machen aus stein nee das ist ein holzhaus steinhaus kommt danach wenn soweit ja ich auch weil ich könnte eigentlich noch ein bisschen solche ja ich bin ich bin so weit wo bist du denn ich bin zu hause ich auch da wo ich wohne ich bin bei mir zu kommen sie bei mir vorbei da kann man nicht von mir aus zusammen zum hafen gehen und ich nehme einfach mal an du hast ja noch kein boot gebaut ich nehme an dann gehe ich jetzt mal zu deinem tollen haus ja ist ja nur eifersüchtig war dein haus so schein eifersüchtig kelk geschoss alle auch nur 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 nein nein ja jetzt ist sie baust du doch noch bäume was bist du denn hässlicher mensch hier kommt hier 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 wie sich eigentlich auch so aha das sieht ja nicht aus viel eisen gab noch ne ja wo zwölf bis zwanzig stück so auf auf zu neuen abenteuern mit das bacon auf dem youtube channel das bacon mit dem youtube programm youtube von und mit das bacon nicht dem bacon weil das bacon ist ein feststehender ausdruck wo war noch unser hafen genau da ist übrigens kein ganz viel copyright kein caramba hier ist der hafen oder gleich noch mal hauen nehmen wirst du schnell wo es nach der ist ja hier links irgendwie ja hier sagen auch wieso ist das schon wieder das loch in der grafik bei mir gerade weg ist es kommt hier fliegt eine wolke ach das siehst du ja gar nicht bei mir fliegt gar nichts ach so hast du jetzt ein boot nee ich baue mir seine haxt nach quatsch ist vielleicht ein boot von mir haben ja wir haben option wir haben auch gerade ein zurecht es aber los hier ja schön dies war es auch nicht ins wasser geworfen super wo wollen wir jetzt lange fahren wir mal in eine andere richtung die küste entlang oder da müssten wir eigentlich an unserer an unserer ersten pyramide vorbeikommen und da hinten waren wir doch auch schon mal bei den ganzen inseln sagen wir einfach die richtung mal weiterfahren ja ich wollte diesmal nicht scherben hätten wir vielleicht bis morgen warten sollen wo ist denn diese haben wir betten dabei oder sowas natürlich nicht spitze wir sind immer ganz hervorragend vorbereitet auf unsere abenteuer völlig lehrresistent herzlich willkommen bei das bacon abenteuern für profis ja denn wir haben es drauf hast du wenigstens eine waffe dabei verneigt euch vor euren minecraft göttern was ich habe eine waffe ja ich habe ein schwert mit dem man noch einmal hauen kann und ein schwert mit dem man noch öfter hauen kann ich habe ein schwert mit dem man ganz ganz dollar und ganz frisch ist das noch frisch aus der workbench schön hier braune blöcke und wolken und so wolken ja und oktopussys ich sehe gerade gar keine jetzt sind sie auch weg ach so sind schreckhaft da oben sind küß na ja sie schauen herab auf uns die siehst du lassen die kühe immer wie aggressiv sie mich machen diese herablassenden kühe jetzt sind doch am hier ist ich sag doch hier kann man das in höhle höhle kunden wollen wir jetzt machen wir es ja jetzt noch eine höhle auch dies klein bestimmt ich will weiterfahren oder wir kletterten kann man die argon abbauen ist zwei statuen von den königen von irgendwas von jaja blablabla komm ja ja komm lalalalalala dann sei alles ausgedacht ja letzte war spannender ist ein fluss ist zu ende bisschen fluss ich bin mit dem gefühl dass ein boot gleich kaputt geht meisterhaft habe ich hier durch manövriert ich bin meisterhaft auch ganz ganz meisterhaft hier ist sowieso nichts außer wüste und schafe so weit dass ich baue ich habe keinen baum mit einer schaufel bereiche nicht sehr weit aber ja von hügel umgeben sind hier sind hühner die hühner sind härter als das boot ernsthaft ich glaube es hakt kein wunderbar im billigen boot es ist halt auch billigste ware ja dafür habe ich zwei mitgebracht zweimal schlecht ist wie ein halbes ich challenge you to build a better one ja ja kann man hier bessere baut überhaupt du schenkst du jetzt ziemlich sicher zu sein dass man auch schlechter bauen kann also schlechter ist ja nicht schwer schlechter geht ja nur im vergleich ich bin mir gerade nicht mehr sicher wie ich überhaupt ein boot ach so kann man auch so ein boot war mit fritte bauen bitte ich habe schon ich habe schon ich habe zwei boote zuckerrohr jetzt hätte ich irgendwo mal ein dorf so ein hafendorf das küstendorf oder so wo man möhren kaufen kann kann man kaufen kann man die leute nicht fest achten das hatten wir schon kann man ja nicht dann kann ich ja nicht für mich in rohnen sah man im nachhinein war ja die ausbeute aus der letzten pyramide ziemlich enttäuschend eigentlich sowas waren das eigentlich glaube ich war nur gold drin und pferde rüstung aber gar nichts gemacht hier sumpf wo bist du denn ich bin weiter die küste entlang stimmt ich hätte vielleicht warten sollen ja jetzt du fragst dich warum wir nie zusammen erkunden gehen ja ich warte jetzt hier auf dich bin nett bist du denn die küste ein bisschen weiter gefahren die ist zu ende hier ja ich weiß wie wir rausgefahren dann recht so nach der fuhren die küste halt so schelmischer mensch kurz s.m. dauer m m m Und Apfel.